Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Im heutigen Video zeige ich dir, wie du Papier ganz einfach selber herstellen kannst. Ich bin Stefanie Andersson und zusammen mit Blütenkonfetti haben wir ein super tolles DIY-Kit für dich zusammengestellt, dass du ganz easy peasy Papier selber herstellen kannst. Was brauchst du dazu? Im Kit enthalten ist zum einen der Schöpfrahmen, Zellstoff und das Blütenkonfetti. Das haben wir hier. Zusätzlich brauchst du dann noch einmal einen Schwamm. Ich habe jetzt einfach einen Spülschwamm genommen. Du kannst auch einen Spülllappen etc. verwenden, das ist egal. Das ist einfach, um das überschüssige Wasser einmal abzutupfen damit. Eine Plastikwanne. Ich habe hier einfach so eine Aufbewahrungsbox genommen. Die sollte nicht zu groß, aber auch nicht zu klein sein. Ich habe eine A4-Wanne genommen, damit auch der Rahmen gut reinpasst. Wenn es zu groß ist, dann bekommt man den Zellstoff nicht gut auf den Schöpfrahmen drauf und dann wird das Papier zu dünn und zu löchrig. Dann habe ich ein Nudelholz. Es geht alternativ natürlich auch eine Weinflasche oder sonstiges. Ein Brett. Handtücher. Legt euch da unbedingt ganz viele davon bereit, weil da wird man ordentlich brauchen. Und ein Gefäß, um den Zellstoff zu verkleinern. Da geht in einem Topf etc. Am besten habt ihr zu Hause auch so einen Zauberstab oder sowas, weil man muss es wirklich nachher klein pürieren. Einen Wäscheständer bräuchtet ihr dann noch zum Aufhängen vom Papier, aber das hat glaube ich jeder. Und dann können wir eigentlich schon loslegen. Im ersten Schritt bereiten wir die Zellstoffmasse vor. Die brauchen wir später, um dann Papier zu schöpfen. Dafür nimmst du die Zellstoffplatten und zerreißt sie in kleine Stücke und gibst sie in ein Gefäß. Das Ganze gießt du mit lauwarmen Wasser auf und lässt es einfach 30 Minuten einweichen. Danach muss das Ganze püriert werden, entweder mit dem Zauberstab oder Thermomix, was du eben da hast. Und danach sehen wir uns wieder. So, die halbe Stunde ist rum und jetzt können wir richtig loslegen. Nachdem ich das Ganze 30 Minuten in lauwarmen Wasser eingeweicht habe, habe ich es danach einmal püriert und dann entsteht hier so eine dicke Masse. Das Ganze nennt sich Pulpe und ist die Basis zum Papierschöpfen. Wir geben jetzt einmal hier ein ordentliches Stück in die Wanne und füllen nochmal ein bisschen Wasser nach, damit wir auch schön schöpfen können. Das machen wir jetzt einmal zusammen und dann starten wir. Wer sich jetzt fragt, wie viel soll man da eigentlich reinmachen? Schwer zu sagen. Ein bisschen nach Gefühl. Je mehr Pulpe man ins Wasser reingibt, desto dicker wird auch das Papier. Wenn man dünneres Papier haben möchte, sollte man ein bisschen weniger mit reingeben. Und wer dickeres Papier gerne hätte oder auch für den Anfang, weil es vielleicht einfacher ist, weil es weniger schnell reißt, der gibt einfach ein bisschen mehr Pulpe dazu. Das Ganze füllen wir jetzt einmal mit Wasser auf. So, manchen hier einmal schön rum. So, jetzt ist das Ganze absolut nicht mehr dickflüssig, wie es vorher hier einmal püriert rauskam, sondern wirklich sehr, sehr, sehr flüssig. Jetzt nehmen wir den Schöpfrahmen. Wenn man ihn so rum nimmt, bekommt man so richtig schöne, ausgefranste Kanten. Andersrum würde auch gehen, aber da bekommt man es nicht mehr so einfach raus. Also ich mache es jetzt einmal so rum. Ich mag die abgefransten Kanten auch super gerne. Wir tauchen den einmal senkrecht ein, rütteln ein bisschen, damit auch wirklich sich die Pulpe schön verteilt und holen ihn raus. So, jetzt einmal, Spannung steigt. Eintauchen, runterfahren, rütteln. Das ist ein bisschen viel Pulpe, glaube ich, sogar noch. Und hochheben. Jetzt habe ich hier den Finger drin gehabt, das war natürlich nichts. Und hier ist wirklich ein bisschen zu viel. So, also mache ich das Ganze nochmal. Es braucht Fingerspitzengefühl, Geschick. Und das ist wie beim Pfannkuchen, der erste wird meistens nichts. Aber keine Angst, da kommt man rein. Man muss es einfach ein bisschen üben und dann geht das schon. So, einmal hier so ein bisschen drüber. Hoch, okay. Sehr schön, das sieht auch ganz gut aus. Ich hole mir jetzt hier vom Rand ein bisschen was weg. Das ist nämlich zu dick geworden, aber das macht nichts. So. Das sieht gut aus. Abtropfen lassen. Und jetzt stürzen wir das Ganze aufs Handtuch. Drückt mir die Daumen. Einfach schnell umstürzen. Schwupps. Jetzt kommt der Schwamm ins Spiel. Jetzt tupfen wir hier einfach ein bisschen überschüssiges Wasser ab. Drücken ganz leicht. Und jetzt, die Stunde der Wahrheit, müssen wir hier leicht rütteln. Und zwar immer so ein bisschen von links nach rechts, bis sich der Rahmen von alleine von dem Papier ablöst. Das erste Papier ist fertig. Jetzt fehlt mir noch der letzte Schritt. Und zwar bedecken wir das Ganze jetzt nochmal mit einem Tuch. So, einmal drüber. Und jetzt müssen wir das restliche Wasser einmal auswellen. Einmal schön mit dem Nudelholz drüber, richtig mit Kraft. So, damit auch schön das überschüssige Wasser rausgeht. Und das Ganze müsst ihr jetzt einmal aufhängen. So, das ist unser erstes Papier. Trocknen dauert zwischen ein und vier Tage, je nachdem welches Wetter ist, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist und so weiter. Das hängt einmal über den Wäscheständer. Und wenn es trocken ist, müsst ihr es einmal bügeln. Jetzt weißt du, wie es funktioniert. Und jetzt kannst du kreativ werden. Ich gebe hier noch ein bisschen Blütenkonfetti dazu, mache das gleiche nochmal, bekomme aber dann die schönen Effekte im Papier von den Blüten. Du wiesst einfach so viel rein, wie du Lust hast. Je mehr, desto stärker ist natürlich der Effekt. Misch die Pulpe nochmal mit der Hand so ein bisschen auf, rühre ein bisschen rum, die muss an der Oberfläche schwimmen, sonst wird das mit dem Schöpfen nicht so gut. Die setzt sich nämlich gern ab. Und jetzt das gleiche Spiel von vorne. Senkrecht eintauchen, einmal unten runterfahren, rütteln, und einfach rausnehmen. Das sieht ja jetzt schon geil aus, oder? Ein bisschen abtropfen. Da kann man auch gern schon jetzt mit dem Schwamm drunter gehen. Und jetzt heißt es stürzen. Achtung! Wir tupfen das hier wieder ab. Wir nehmen so viel Wasser weg, wie geht, sonst kriegen wir das Ganze nicht vom Rahmen herab. Jetzt wieder sanft rütteln und vorsichtig den Rahmen abziehen. Sieht schon mal gut aus. Als letzten Schritt einmal nochmal auswählen. Wenn du merkst, das Handtuch ist schon klatschnass, dann immer wieder wechseln. Leg dir auf jeden Fall genug Handtücher bereit, weil die saugen sich sehr schnell voll. So, das ist jetzt das erste Papier mit Konfetti. Sieht super aus, oder? Als letztes muss dein Papier jetzt noch trocknen und gebügelt werden. Und dann ist es fertig. Ich hoffe, dir hat die Anleitung gefallen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Papierschöpfen. Zum Schluss habe ich euch nochmal ein paar Ergebnisse mitgebracht. Hier sieht man ganz gut den Unterschied zwischen ein bisschen dünnerem und dickerem Papier. Bei dem dünnen Papier scheint es wirklich so ein bisschen durch. Auch vor allem das Konfetti sieht man toll. Es ist ganz, ganz zart, aber es reißt auch sehr schnell. Bei dem dickeren Papier, das habe ich hier jetzt einmal ohne Blütenkonfetti gemacht, sieht das Papier so ein bisschen wolkenartig aus und es ist wirklich stabil. Dann habe ich nochmal Papier mitgebracht mit ein bisschen mehr Blütenkonfetti. Toll finde ich auch hier diese Farbvorläufe. Da haben sich die Blüten ein bisschen aufgelöst beziehungsweise Farbe abgegeben. Das finde ich richtig toll. Wer das nicht mag, als Tipp, der streut ganz zum Schluss das Blütenkonfetti drüber und lässt es nicht im Wasser drin, dann minimiert es den Effekt. Ich persönlich mag das ganz gerne und wer so richtig in den Farbtopf greifen möchte, der kann ja mal farbiges Papier verwenden, zum Beispiel Eierkartons, oder man gießt noch ein paar oder gibt noch ein paar Pigmente mit ins Wasser, dann färbt es das Papier so richtig gut ein. Aber Achtung, dabei kommen dann die Blüten nicht ganz so gut zum Vorschein. Was ich auch besonders mag an dem Papier, ist, dass die Kanten so schön gerissen sind. Da kann man jetzt ganz, ganz doll weiterarbeiten, kann zum Beispiel Platzkärtchen machen, Einladungen, Dankeskarten, Karten für Muttertag und so weiter. Einfach entlang eines Linears das Papier reißen und durch seine Struktur werden die Kanten auch nicht scharf. Also das wird wirklich ein bisschen so wie hier rough an den Kanten und dann hat man einen richtig tollen Effekt. Wenn du jetzt noch mit anderem Papier experimentieren willst, dann versuch doch mal, Altpapier zu recyceln. Ich habe jetzt hier in dem Fall mal Eierkartons verwendet. Cool finde ich auf jeden Fall die Farben. Viele Eierkartons sind ja schon farbig und das Grün gefällt mir richtig gut. Ich finde auch, dadurch, dass es relativ dezent ist, kommen sogar die Blüten sehr gut zum Vorschein. Alternativ hier diesen leicht rosa schimmernden Eierkarton oder ein ganz Standard-Eierkarton, der wird halt eben gräulich. Im Vergleich zu dem Papier mit dem Zellstoff sieht man schon klar einen Unterschied. Achtung, der Eierkarton ist ein bisschen schwieriger zu verarbeiten. Man braucht wirklich lange, bis er eingeweicht ist. Man muss ihn sehr gut pürieren und das Papier wird per se dicker. Verpackungskarton sollte man möglichst nicht verwenden. Das wird eher schwierig, aber altes Zeitungspapier, alte Zeitschriften etc. könnt ihr ganz easy verwenden dafür, falls euch der Zellstoff im Päckchen ausgehen sollte. Zum Schluss habe ich euch noch ein paar Beispiele, wie ihr das Papier toll in Szene setzen könnt. Zum einen habe ich hier einmal eine Menükarte gebastelt. Dafür liegt ja auch im Päckchen ein Stift bereit, den ihr dafür verwenden könnt. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, aber auf dem Papier kann man schreiben, das ist kein Problem. Ich habe hier eine Bastschnur drumherum gemacht und innen kann man dann das Menü mit reinmachen. Finde ich ziemlich cool und auf jeden Fall mal was Besonderes. Außerdem habe ich noch Platzkärtchen gebastelt. Dafür habe ich das Papier einfach entlang eines Lineals gerissen und beschriftet. Mir hat es sehr gut gefallen, wenn man das zum Beispiel auch noch in eine Trockenblume steckt, dann sieht das richtig toll aus auf dem Platz bei den Gästen. Da hat man tausend Möglichkeiten. Hier gibt es ein bisschen andere Blütenfarben dabei. Außerdem könnte man es zum Beispiel so gestalten, indem man hier Bastpapier dran bindet, anstelle einer Blüte reinsteckt. Und hier habe ich mit Transparentpapier gearbeitet. Das hat mir auch gut gefallen, weil dann die Blüten sehr, sehr schön durchschimmern. Unten drunter ist das Papier mit dem Konfetti und oben dann der Name mit Transparentpapier. Auch eine Variante. Was machst du mit dem Papier? Zeig uns doch deine Ergebnisse. Wir würden uns sehr freuen. Markiere uns dafür auf Instagram auf atblütenkonfetti-official oder schickst uns einfach per E-Mail. Wir freuen uns.